Sie möchten wissen, wie und wo Sie am besten elektronische Zeitschriften der Hochschulbibliothek recherchieren können? Dies geht in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek, kurz EZB. Die EZB ist ein Suchsystem nach wissenschaftlichen elektronischen Zeitschriften. Es wird deutschlandweit von vielen Hochschul- und Universitätsbibliotheken zur Darstellung des eigenen verfügbaren Bestandes an elektronischen Zeitschriften, kurz E-Journals, genutzt. Die EZB in der Evangelischen Hochschule finden Sie auf den Bibliothekseiten unter Angebote, E-Journals und dann einfach das EZB-Logo auswählen. Bitte beachten Sie, dass man in der EZB lediglich nach E-Journal-Titeln recherchieren kann, nicht direkt nach Zeitschriftenaufsätzen. Um Zeitschriftenaufsätze zu finden, müssen Sie ein entsprechendes E-Journal aufrufen. Zur Suche nach E-Journals können Sie die einfache Suche über alle Suchfelder, die erweiterte Suche und die Fachgebietstöbersuche nutzen. In der erweiterten Suche können Sie mit verschiedenen Kategorien wie Titelwort, Anfänge von Zeitschriften-Titeln, Schlagworten, ISSN etc. suchen. Außerdem ist es möglich, die Suche nach Fachgebieten einzuschränken. Die Ampelanzeige zeigt die Verfügbarkeit der einzelnen E-Journals. Grün bedeutet hierbei, dass das E-Journal frei verfügbar im Netz zu finden ist. Gelb und gelb-rot bedeutet, dass die Hochschulbibliothek dieses E-Journal abonniert hat. Außerhalb der Evangelischen Hochschule ist beim Aufrufen dieser E-Journals zusätzlich die Eingabe von Bibliotheksnummer und Bibliothekspasswort nötig. Rot bedeutet, dass das E-Journal nicht an der Evangelischen Hochschule verfügbar ist. Lediglich Abstracts von Aufsätzen oder Inhaltsverzeichnisse können eingesehen werden. In der Detailanzeige kann man den Zeitraum sehen, ab wann die Zeitschrift verfügbar ist, beziehungsweise auch bis wann, falls es nur ein begrenzter Zeitraum ist. Durch einen Klick auf den Zeitraum kommen Sie direkt zur Homepage des jeweiligen E-Journals. Hier können Sie die entsprechenden Aufsätze, meist als PDF-Dokument, direkt herunterladen. Die Funktion Bibliothek auswählen ermöglicht es, eine andere Ansicht der EZB zu erhalten. Dadurch sieht man, welche E-Journals in anderen Hochschulen und Universitätsbibliotheken durch Abonnement verfügbar sind. Das ist unter anderem nützlich, wenn man nach einem bestimmten E-Journal sucht und nachschauen möchte, ob diese in einer anderen Hochschul- oder Universitätsbibliothek vorhanden ist. Damit sind wir in diesem Tutorial am Ende angelangt. Sollten Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.